Man muss die Bauten werden für den Krieg, da bauen schon viele dran und Leute, die viel mächtiger sind, die viel mächtiger sind als wir hatten, aber das kann man ja ausbalancieren mit der Entwicklung. Auch wegen der Ukraine-Krise treffen sich in ganz Deutschland in diesen Tagen wieder Menschen zu Montags-Demos. Keine Panik, es gibt keine neue Wiedervereinigung, aber manche Leute, müssen wir sagen, gehen da tatsächlich hin, weil sie für den Frieden sind. Andere sind eher Verschwörungstheoretiker, die sauer sind, weil die Mainstream-Medien, also ich, die Menschen erstens anlügen und zweitens einen Krieg mit Russland wollen. Ja, das ZDF sendet gar nicht mehr aus Mainz, sondern aus Frankfurt am Mainstream. So, Mainstream hin oder her, lasst die Demonstranten sprechen. Der Bürger hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich ehrlich und fair zu informieren, wird ja rund um die Uhr belogen von unseren Medien. Medienboykott der Mainstream-Medien, ganz klar und ganz aufricht, das kostet nichts. Sie können es bis an die Spitze schaffen, wenn Sie das sagen, was alle sagen. Das sind jetzt die Sätze, die von ZDF und ARD jetzt genommen werden. Wenn Sie aber sagen, Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht, dann fliegen Sie raus. Und dann werden Sie umgeschnitten und dann werden Sie aus dem Zusammenhang gerissen. Na, holen Sie mich schon ab? Nee. Schade, Zeit wär's. Nein, wirklich. Wenn man nicht exakt die Meinung dieser Leute vertritt, dann ist man natürlich eine Marionette des Großkapitals und der USA. Und um das mal klarzustellen, natürlich gehen da nicht nur Verrückte hin zu den neuen Montags-Demos. Manches klingt durchaus plausibel, anderes zumindest interessant. Als Michael Jackson kurz vor seinem Tod sagte, Sie lügen, Sie lügen, Sie lügen, eine Woche später ist er ermordet worden. Ja, ja, der wurde ermordet von Elvis in seinem Bernsteinzimmer. Der berechtigte Vorwurf dieser Demonstranten lautet jede Woche, Ihr Medien ignoriert uns. Das können wir ändern. Carsten van Rissen. Die deutschen Leitmedien sind so derartig unterwandert, dass es wahrscheinlich bald Krieg geben wird. Ach, nee. Also, die deutschen Leitmedien sind vielleicht von CIA und Obama und Putin, meine Damen und Herren. Ach, das sollen mir doch die Bürger selber erklären. Was heißt ehrliche und richtige Presse? Also, was fordern Sie von der ehrlichen und richtigen Presse? Das wissen Sie doch ernst genauer. Sie kriegen Ihre Nachrichten vorgesetzt. Ist es so, wer gegen Russland wettert, ist ein Nazi? Also, wenn Sie so eine Propaganda machen, dann sind Sie Nazi auf jeden Fall. Ganz ehrlich. Ist nicht böse gemeint. Auch wenn ich jetzt kurze Haare habe, habe ich kein Problem damit. Werden Sie gleich in einen Karton gepackt sozusagen. Ja, klar, richtig. Ist ja so. Ich frage mich halt, warum gibt es nur eine einseitige Berichterstattung? Warum? Warum muss man gegen ein Land wettern? Wiss ich nicht, was eigentlich mehr für Deutschland getan hat, als die der Ami. Ich bin normalerweise nicht kein Demogänger. Normal sage ich, mir interessiert mich alles nicht. Oder ist das ein Krieg, den Deutschland will? Dann sollte man noch die Frage stellen, wollt ihr den totalen Krieg? Dann sollte man diese Frage stellen und ehrlich sein zu den Menschen und nicht gar nichts sagen. Und einfach so tun, als wenn es das nicht gibt. Als wenn es das hier alles nicht gibt. Ja, und das geht seit Wochen so in Deutschland. Ja, in zig Städten, in Leipzig, in Dresden, in Berlin. Irgendwo stehen Leute. Und guckt euch das an. Damit gebe ich zurück zu meinem Filmskanzler, Oliver Siewelke, nach Köln. Ja, kannst du gleich wieder löschen, wird eh nicht gesendet. Kannst du mal löschen. Zu spät. Fasten vom Mainstream, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Auch wenn das eine Satire-Show ist, was hier rüberkommen soll, ist wohl klar. Die Friedensmann-Wacht sind einfach zum Lachen. Alles Verrückte da, vor allem diese beiden Personen, die man ganz zu Beginn gezeigt hat. Der eine war Ken Jebsen, ein ehemaliger Fernseh- und Radiomoderator. Man hat ihn wegen seiner verschwörungstheoretischen Meinung aus seinem TV-Job entlassen. Soweit ich weiß, ist er jetzt ein unabhängiger Internetjournalist und gilt in manchen Kreisen als Verschwörungstheoretiker. Ähnliches in diese Richtung gilt für die zweite Person, Andreas Popp. Soweit ich weiß, ist er Unternehmer, Autor, Dozent für Makroökonomie und er hat einen Plan B für die Gesellschaft entworfen. Manche finden das halt nicht gut und manche brauchen was zum Lachen. Der Bürger hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich ehrlich und fair zu informieren. Er wird ja rund um die Uhr belogen von unseren Medien. Medienboykott der Mainstream-Medien. Ganz klar und ganz aufricht, das kostet nichts. Sie können es bis an die Spitze schaffen, wenn Sie das sagen, was alle sagen. Das sind jetzt die Sätze, die von ZDF und ARD jetzt genommen werden. Wenn Sie aber sagen, Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht, dann fliegen Sie raus. Und dann werden Sie umgeschnitten und dann werden Sie aus dem Zusammenhang gerissen. Na, holen Sie mich schon ab? Nö. Am Anfang standen also diese beiden Personen und dann kam das hier. Mal klarzustellen, natürlich gehen da nicht nur Verrückte hin zu den neuen Montags-Demos. Manches klingt durchaus plausibel. Anderes zumindest interessant. Als Michael Jackson kurz vor seinem Tod sagte, Sie lügen, Sie lügen, Sie lügen. Eine Woche später ist er ermordet worden. Ja. Ja, der wurde ermordet. Von Elvis. In seinem Bernsteinzimmer. Also was fordern Sie von der ehrlichen und richtigen Presse? Das wissen Sie doch ernst genau. Sie kriegen Ihre Nachrichten vorgesetzt. Wie eine Suppe, oder? Ja, ernst genau. Sie selber können ja nicht Bericht erstatten. Sie kriegen das vorgesetzt, was Sie sagen sollen. Ist es so, wer gegen Russland wettert, ist ein Nazi? Also wenn Sie so eine Propaganda machen, dann sind Sie Nazi auf jeden Fall. Ganz ehrlich. Ist nicht böse gemeint. Auch wenn ich jetzt kurze Haare habe, habe ich kein Problem damit. Werden Sie gleich in einen Karton gepackt sozusagen. Ja, klar, richtig. Ist ja so. Ich hatte seit einiger Zeit beobachtet, dass sehr unterschiedliche neue Rechtegruppen, aber auch offene Nazi-Gruppen, hin mobilisieren zu etwas, was ihre gemeinsame Minimalplattform zu sein scheint. Zu sogenannten Friedensdemos in über 20 Städten in der Bundesrepublik immer montags. Und ich habe mir überlegt und ich kriegte mit auch, dass bestimmte Leute sehr anfällig waren für diese Form von Agitation und Propaganda. Also es gibt Ähnlichkeiten, was die sozialstrukturelle Zusammensetzung der Teilnehmer, Teilnehmerinnen angeht. Es gibt aber auch deutliche Unterschiede, insbesondere was die Einstellungen zu einzelnen Aussagen angeht, die zum Teil in eine antijüdische oder rechte Ecke gehören, aber eben nur zum Teil. Das heißt, wir haben ein hochgradig widersprüchliches, ambivalentes Phänomen vor Augen, wo sich Dinge mischen, die eigentlich nicht so recht zusammenpassen. Es gibt ja niemanden, der jetzt nach Krieg ruft oder sich an Kriegen begeistern könnte. Das ist das vordergründige, einigende Band. Aber wenn man genauer hinsieht, dann ist es ein seltsames Gemisch von Leuten, die zu einem hohen Grade unzufrieden sind mit der etablierten Politik. Einerseits begrüßen sie, befürworten sie die Idee von Demokratie. Andererseits aber finden sie, dass die politischen Institutionen, das betrifft also alle relevanten Institutionen, Bundestag, Bundesrat, EU, die großen Verbände, dass von denen nichts zu halten ist. Also sie haben kein Vertrauen mehr in diese Institution. Auch die Medien sind da übrigens eingeschlossen. Die werden extrem negativ beurteilt. Denn andererseits haben wir gerade gehört, dass einer Studie nach die Deutschen so zufrieden sind, die schon lange nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit ist relativ niedrig, die Gesundheit relativ hoch und dann aber so eine Protestbewegung. Also diese Bewegung ist in keiner Weise repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Das sieht man ja auch daran, dass sich hier die Unzufriedenen versammeln, die eigentlich keine politische Heimat haben. Jedenfalls nicht, wenn man das auf die gängigen Organisationen und Gruppierungen bezieht. Es ist im Grunde eine neue Heimat der Heimatlosen. So könnte man das sehen. Also Leute, die keine Anschlussmöglichkeiten, die sich in der Partei nicht wiederfinden, die sich im gesamten politischen institutionellen Gefüge nicht mehr wiederfinden. Aber Außenseiter sind es auch nicht. Denn sozial sind sie scheinbar ja doch relativ integriert. Ja, sie sind durchaus integriert. Es sind Leute, die eher jünger sind. Die haben in der Regel eine gute Bildung genossen. Es ist keineswegs so, dass sich hier die Marginalisierten oder die Arbeitslosen in besonderer Weise versammeln würden. Also sozial gesehen ist es keine extrem aus dem Rahmen fallende Gruppe. Aber bezogen auf ihre politischen Orientierungen weichen sie deutlich ab von der Gesamtbevölkerung. Ich hatte seit einiger Zeit beobachtet, dass sehr unterschiedliche neue Rechtegruppen, aber auch offene Nazi-Gruppen, hin mobilisieren zu etwas, was ihre gemeinsame Minimalplattform zu sein scheint, zu sogenannten Friedensdemos. Das ist nicht böse gemeint. Auch wenn ich jetzt kurze Haare habe, habe ich kein Problem damit. Wir haben sie gleich in einen Karton gepackt. Ja, klar, richtig. Ist ja so. Ich frage mich halt, warum gibt es so eine einseitige Berichterstattung? Warum? Warum muss man gegen ein Land wettern? Wiss ich nicht, was eigentlich mehr für Deutschland getan hat als die der Ami. Und dementsprechend sage ich einfach eins, die objektive Berichterstattung fängt in ARD und ZDF nicht mehr an. Schon lange nicht mehr. Aber woran liegt es? Woran liegt es? Ganz einfach. Sie sind fremdgesteuert. Fremdgesteuert von der Regierung, fremdgesteuert von fremden Interessen. Und das ist einfach der Grund. Ja, ja. Rundfunkabier scheiße. Rundfunkabier scheiße. Das Thema kann ich nicht so sagen. Die Drohnen-Einsätze von Rappenstein. Wollen wir mit dem Niveau so weit runtergehen, dass wir über die Bild-Zeitung reden? Das lassen wir lieber. Also, nee. Das. Und nicht gar nichts. Und einfach so tun, als wenn es das nicht gibt. Als wenn es das hier alles nicht gibt. Ja, und das geht seit Wochen so in Deutschland. Ja, in zig Städten, in Leipzig, in Dresden, in Berlin. Irgendwo stehen Leute. Und guckt euch das mal an. Damit gebe ich zurück zu meinem Film-Spitzel, Oli Marciay-Welke, nach Köln. Ja, kannst du gleich wieder löschen. Wird eh nicht gesendet. Kannst du mal löschen. Zu spät. Carsten vom Mainstream, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja. Kleiner Fun-Fact am Rande. Schon während der Dreharbeiten zu diesem Film gerade wurde in den sozialen Netzwerken von Demonstranten behauptet, wir hätten da irgendwelche Bekloppten hingekarrt und dann interviewt. Ich kann Ihnen versichern, das war gar nicht nötig. Wie das ungeschnitten ausgesehen hat, oder wie diese Brüller auf der Friedensmahnwache in Berlin ungeschnitten ausgesehen haben, dafür ein paar Beispiele. Außer diesen Brüllern von ihnen gab es da noch viel mehr. Aber davon war scheinbar nicht so interessant als das, was man selten wollte. Aber jetzt verschwinden, dass es ganz kritisch ausgeschnitten ausgesehen hat. Na, na. Wo es leider nicht so ist, wie sie auf die Tiere sind. Ja, wie ist die Reis-Bönnность. Und dann haben sich schon wieder abgetragen. Haben die schon wieder abgetragen. Na. Haben Sie ja? So, chik, so, chik. Haben Sie genau genau durchgesen. Weil mir schon wieder die Mimik bzw. die Zunge des Journalisten aufgefallen ist oder des Reporters, möchte ich noch einmal an etwas erinnern. An die Kartonköpfe. Wenn du mit jemandem zusammensitzt oder beieinander stehst, der einen Karton im Kopf hat und du ihm nicht zeigst, dass du auch einen Karton im Kopf hast, dann befindest du dich für diesen Menschen automatisch auf einer niedrigeren Intelligenz- und Bewusstseinsstufe. Ganz gleich wie klug du bist, ganz gleich was du sagst und ganz gleich was du noch sagen wirst. Das liegt daran, dass dein Gegenüber einen Karton im Kopf hat und du nicht. Wenn du einfach keinen Karton im Kopf hast oder keinen Karton haben willst, dann kannst du diesen Karton ja auch nicht zeigen. Ohne Karton im Kopf verlieren aber dein Denken, dein Verstand, dein Wissen und deine Urteilsfähigkeit an Wert. Du bist für den Menschen oder für die Person mit Karton im Kopf nur dumm oder dümmer. Ohne einen Karton im Kopf kannst du die Wahrheit nicht kennen. Schlussfolgernd kannst du die Dinge der Welt nicht richtig beurteilen und bewerten. Wenn du jetzt ein paar Stunden gesagt hast, ich erinnere mich, jeder, der sagt, die Schule ist nicht meine Lebensfahrt. Er hat nur so, man hasst die Schule. Ich bin gerade nicht wegen Schule, das ist nicht meine Lebensfahrt. Das heißt, von dem ich jetzt in zwei Stunden bin. Auch in der Zeit ist es wesentlich, wie sich die Ehre noch bis zum Klopfen haben. Ich will nicht alle Kommentare mitnehmen. Jetzt müssen Sie sich in unsere Lage versetzen. Ich muss jetzt in den Klopfen haben. Der Einfluss ist, von dem ich jetzt in den Klopfen habe. Richtig. Wenn Sie das in den Brücken bringen, dann sind wir beide freundlich. Ja. Nein, das haben Sie in den Klopfen nicht so eine Saison. Das ist nicht richtig. Ich kann verstehen, dass Sie auch hier eine Existenz haben. Es ist ein Alten-Hun-Gehäufer-Druck, der mich daraus kann erzulegen. Ich muss ja mit was nach Hause kommen. Ich muss ja mit was nach Hause kommen. Ich muss ja mit mir nach Hause kommen, dann haben Sie keine tolle Lesung gehabt. Ich habe jetzt Schluss. Der beste Abschluss. Sie suchen sich irgendwie jemand, der in Richtung klar war. Ist hier einer ein Fan von Obama? Da drüben! Da oben die Flagge! Alles gut? Ja, danke. Zunächst einmal die Beraterin, die ich wieder in den Geschässen habe. Was verstehen Sie darunter? Ohne Verdachtsmoment, Menschen zu überwachen, ist es ein Faschist-Dubbid. Das ist nicht nur mit demokratischen Reden, sondern auch mit Menschenrechenarbeit. Nur nebenbei. In diesem kurzen Gespräch habe ich schon wieder zweimal seine Zunge gesehen. Für mich, wenn ich das finde, ist ein guter, mich freundlicher und färber Präsident. Das ist ein Beispiel. Wie viel gibt es aber von Amerika? Wie viele Beispiele gibt es von Amerika? Ich habe es gelernt, dass man sich nicht mehr einbischen soll in irgendwelchen Sachen. Hören Sie mir zu? Ja, dass man sich nicht mehr einbischen soll. Es geht ja um Frieden und wenn wir so weitermachen, wissen Sie ja selber, oder? Ich mache hier mal kurz Stopp. Den hier kennen wir aus der Heute-Show. Aber da hat er nicht so viel geredet. Beziehungsweise gab es da nur zwei kurze Ausschnitte. Was hat denn Russland jetzt irgendwie gemacht? Wir müssen rumannektiert. Da gibt es eine Liste, wie viele Kriege Amerika angefangen hat und wie viele Kriege Irak angefangen hat. Gibt es eine Liste, wie viele Kriege Russland angefangen hat? Das weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Und du ihm nicht zeigst, dass du auch einen Karton im Kopf hast, dann befindest du dich für diesen Menschen automatisch auf einer niedrigeren Intelligenz- und Bewusstseinsstufe. Was hat denn Russland jetzt irgendwie gemacht? Also, äh, 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 äh. Wir müssen rumannektiert. Also, ja, aber, äh, 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 äh. Dann sowas. Ich befürchte, wenn er das beide provozieren kann. Das ist normal, ne? Es geht nicht darum, wer, äh, äh, provozieren. Es ist mir egal, wer provozieren. Es geht einfach nur um Frieden, dass wir alle miteinander, äh, leben. Mit diesem Journalisten ein Gespräch zu führen oder diesem Reporter ein Interview zu geben, das würde mich, glaube ich, auch irritieren. Ich glaube, jetzt kommt das, was man im TV gesehen hat. Ähm, und da kann man, äh, äh, gibt es eine Liste, wie viele Kriege Amerika angefangen hat und wie viele Kriege Irak angefangen hat. Und auf welcher Liste, wie viele Kriege Russland angefangen hat? Das weiß ich nicht, das ist mir auch egal, aber, äh, äh, es steht auf jeden Fall, äh, zur Debatte, dass Amerika überall in jedem Land fast vertreten ist. Oder sehe ich das falsch? Was ist, was ist Ihr? Was ist Ihre Meinung? Seit 45, jedes Jahr im Krieg, äh, aktiv. Ja, recht. Und die Liste von Russland gefehlt, leider, die können wir ja mal anfertigen. Ja, die können wir ja anfertigen. Die ist leider kürzer. Die ist auch länger als beim Irak. Aber die ist leider auch, äh, kürzer als die von Amerika. Aber die spielt das eine Rolle? Ich meine, wenn man generell für Frieden ist, ist es noch... Welche Liste länger oder kürzer ist? Ja, ja, klar, aber... Für den Realismus ist jetzt schon wichtig, dass man weht, eben für den Realismus. Weil da werden Leute getötet, dann... Es muss ja auch aufgeklärt werden, warum jetzt, äh, Amerika sich schon wieder... ... dort einmischen und irgendwelche Zerstörer hin schicken, wo die da gar nichts zu tun haben. Aber die Russen schicken ja hier, was zum Beispiel... Ja, das ist auch nicht okay. Aber das eine Übel macht das andere Übel nicht passé, also... Genau das gleiche wurde ja auch von Ihnen erzählt. Das ist das eine, das andere nicht. Naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Wir brauchen Journalisten, die Motoren in der Sozüge... ... und dann lohnt es sich immer nicht zu halten, die nur Geldkriege sind, die frustriert werden, um die Wirtschaft zu sehr hohem Niveau anzutreiben. Diesen Teilnehmer der Friedensmahnwache hat man nicht gesehen im TV. Aber der wäre doch eigentlich interessant gewesen. Ach ne, es geht ja um Satire. Ich spure mal zurück, da sieht man ihn wenigstens mal im Hintergrund. Rundfunkerbier ist Scheiße. 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 Das ist das eine, das andere nicht. Rundfunkerbier ist auch für euch. Naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Wir brauchen Journalisten. Rundfunkerbier ist Scheiße. Lohnt sich immer nichts zu halten, denn immer Geldkriege sind, die fossiert werden, um die Wirtschaft zu sehr hohem Niveau anzutreiben, weil ja alle schon bezahlt und abgeschlecht ist, die Welt ist zu erinnern. Deshalb muss man jetzt andere Wege gehen, um diese verlogene oder falsch aufgebaute Wirtschaft weiterzufahren. Da ist natürlich auf einem ganz hohen Level, also sprich nationale Parlamente, natürlich Kriegstreiberei, wie es jeder, wissen Sie hoch, wissen Ihre Sender, natürlich ganz probate Mittel um reichlich Milliarden zu fressen und das funktioniert. Er ist ein bisschen unsicher, weil er wahrscheinlich die Kamera auf dem Gesicht hat, aber er hat schon recht mit der Richtung, diese List ist echt nicht gesund und wie sagt er, nichts mit gegen Amerika zu tun, sondern gegen Krieg, weil die Amerikaner können dafür Ohnix. Es kommt eben von den weltweiten Länderführungen, also von den Parlamenten etc. Es ist alles sehr komplex, es ist nicht so leicht zu kurz durchzubringen, aber ich denke, sie verstehen schon die Schoßrichtung und deshalb sagen wir auch pro Frieden und nicht gegen Krieg, weil eben pro Frieden, sag ich mal, da muss gebaut werden, an dem für den Krieg, da bauen schon viele dran und Leute, die viel mächtiger sind, die viel mächtiger sind als wir hatten. Aber das kann man ja ausbalancieren, das ist eine Entwicklung. Ich hatte seit einiger Zeit beobachtet, dass sehr unterschiedliche neue rechte Gruppen, aber auch offene Nazi-Gruppen hin mobilisieren zu etwas, was ihre gemeinsame Minimalklattform zu sein scheint, zu sogenannten Friedensdemos in über 20 Städten in der Bundesrepublik immer montags. Und ich habe mir überlegt und ich fichte mit auch, dass bestimmte Leute sehr anfällig waren für diese Form von Agitation und Propaganda. Und danke, dass ich fürs Spiel dachte. Lass uns nicht unterkriegen, mach weiter so! Komm weiter auf, die Montagsmann machen! Als wenn es das hier alles nicht gibt. Ja, und das geht seit Wochen so in Deutschland. Ja, in zig Städten in Leipzig, in Dresden, in Berlin, irgendwo stehen Leute. Und guckt euch das an! Damit gebe ich zurück zu meinem Führungsprinzip, Oliver Sjahre Welke, nach Köln. Ja, kannst du gleich wieder löschen, wird eh nicht gesendet. Du kannst mal löschen! Zu spät! Fasten vom Mainstream, meine Damen und Herren! Vielen Dank! Der Bürger hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich ehrlich und fair zu informieren. Er wird ja rund um die Uhr belogen von unseren Medien. Medienboykott der Mainstream-Medien. Ganz klar und ganz aufricht, das kostet nichts. Sie können es bis an die Spitze schaffen, wenn Sie das sagen, was alle sagen. Das sind jetzt die Sätze, die von ZDF und ARD jetzt genommen werden. Wenn Sie aber sagen, Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht, dann fliegen Sie raus. Und dann werden Sie umgeschnitten und dann werden Sie aus dem Zusammenhang gerissen. Holen Sie mich schon ab? Nee. Schade, Zeit wärs. Kleiner Fun-Fact am Rande. Schon während der Dreharbeiten zu diesem Film gerade wurde in den sozialen Netzwerken von Demonstranten behauptet, wir hätten da irgendwelche Bekloppten hingekarrt und dann interviewt. Ich kann Ihnen versichern, das war gar nicht nötig. Es gibt nichts, das uns teilt, wir sind alle gleich und du bist nicht allein. aber ich mache das nochmal, das war ja 240 % oder 50 %. Und dann Mandy da S majesty und glaube so. Es war es jetzt schwer. Wir wollten denundlich, m Straßen né book là raus gewachsen und sie wissen zu ehrlich sagen. O een doctrin Gewiss Esto. Für die Kronzские punished bin ich noch proberlen, mit drehen die Bekloppten. Also da coalition machen auch das Worten nicht im Gegenstand mit der Sabartung. Vielen Dank.